Ja, da komm ich ja nicht rein. Ja, wie bin ich denn hierher gekommen? Nein, klar. Weil wir hier so n Ding hatten. Ja, setzt da oben ein Portal hin. Und setzt unter dir. Oder so ein Portal, genau. Ja, aber hier sind ja die Roboter-Türme noch. Die mich als Frühstück verputzen. Ja. Achso. Oh. Aber hier sind noch mehr. Aber ich bin schon mal fast bei dir. Guck mal runter. Nein, nein, spring wieder rein. Huh. Ich hab's überlebt. Du auch. Okay, warte mal. Zack. Und rein. Woher? Aus welchem Lied? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ratarata. Iratatarata. Ähm... Welche ist lila? Hi. Hello. Yehoo. Эhmm. Ja, wir haben es geschafft. Nee, die Discos wir einsetzen. Ja, aber die ersten Teile haben wir geschafft, meine ich. Den zweiten war das sogar schon, ne? Okay, wir brauchen wieder... Willst du wieder das machen? Okay. Oh, einer von uns hätte die Dings am Anfang behalten sollen, oder? Das macht keinen Sinn. Äh, weiß ich nicht. Ja, ne, das bringt ja nichts. Gucken wir uns da noch irgendwie an? Ja. Ja, ja, ich hab die Wand. Ja, aber wie kommen wir da jetzt von dort? Ich muss die Tifa setzen. Oh Gott. War noch. Alter. Halt's auf. Das war höher. Ja? Ja. Der Tifa geht nicht. Du musst das Portal, was du unten hingestellt hast. Ja, ich weiß, aber es geht nicht anders. Ja, das hat sich verändert. Warte, jetzt mal. Ja, jetzt ist gut. Nee, jetzt ist nicht. Mann, wir sind mal auf. Jetzt ist gut. Ja, okay. Willst du da reinspringen? Ja, das schaffen wir nicht. Ja, echt mal. Nee, und von da aus kamen wir ja schon. Wir müssen woanders langer. Wir müssen hier, hier, hier. Mach hier ein Portal hin. Ja. Blindheit ist auch eine Krankheit. Wow. Wir sind super. Und jetzt machst du gleich... Ähm. Lass mich kurz sehen. Ja, ich guck gerade schon. Hinter uns? Nee. Heute ist doof. Okay. Ja, ich guck gerade schon. Rücke. Ja, wo? Was kannst du eigentlich? Ja, ich hab kein Dings gesehen. Keine Fläche dafür. Ich schon. Dann sag mir wo. Das nächste Mal. Mach du mal die Wand. Ich mach das. Funktioniert, glaub ich, besser. Hast du? Sehr gut. Okay. Okay, welches muss ich setzen? Das ist lila, ne? Alles klar. Oh, hier passt es nicht immer. Hey, wir müssen die Wand doch noch locker irgendwo anders hinsetzen können, oder? Obwohl doch da, wo du das Portal auch hingesetzt hast, glaub ich. Ja, das könnte sein. Hallo. Hey. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. D-d-d-d-d-d-d. Oder kannst du das von hier aus schon irgendwo hinsetzen? Nee, ne? Wie wär's damit? Ja. Äh, welches muss ich setzen? Lila. Da und... Ja, ich muss nur gucken, welches. Guck mal, wie wär's mit der Lösung? Ja, ist... Du musst das bisschen höher setzen. Guck mal, jetzt könntest du's hier zum Beispiel hinsetzen. Oh Gott. Wie kacke beschleunig. Du musst seins tiefer setzen. Oh, echt bad irgendwie. Ey, hier sind keine Türme mehr. Guck das mal. Hä? Hä? Leute? Ich glaub, weil wir so oft gefällt haben gerade. Höher setzen, sagst du? Höher geht nicht. Ja, ist auch gut so. Haha, diese armen Teile. Ähm. Danke. Ja, wir sind gleich wieder bei der Disco. Ja, hier ist die Disco. Ja, hab sie. Hab sie! Steck sie, mein Popo. Ah, ich hab sie in den Kopf gesteckt, alter. Geil. Cool. Oh. Sehr schön. Aua! Ohne Vorwarnung, lässt sie uns einfach die ganze Zeit explodieren, ey. Ist das schon die gemeine, ne? Dötötötötötötötötötöt. Okay. Easy. Ja, ich muss jetzt einmal, glaube ich, wahrscheinlich... Ja, wird gleich erhoben F geben. Ja, wir haben noch eins, oder? Ja, ja, das fünfte. Ja, da oben. Hi. Oha, lol. Miau. Hä? Extra-Kurs spielen. Oh, nee, warte. Das ist falsch. Das ist falsch. Hä? Okay, dann lassen wir uns jedenfalls gucken, wie wir noch zu fünf kommen. Hauptsache, machen wir jetzt den falschen Weg. Hey, wie kommen wir denn da hin? Ja, wo ist das nochmal? Da oben, ne? Nee, das ist 3. Ja, da. Da kommen wir... Hinten... Hier... Ähm... Irgendwie von da aus. Ach, guck mal, da hat sich was geöffnet. Komm. Hä? So kacke, alter. Hä, ich hatte das doch über dem Dings. Ja, ich bin ja auch hier. Hä, wie bin ich denn da runtergefallen? Vielleicht werde ich scheiße müssen. Nee! Also, ja. So wunderbar. Ah, Nietzke! Okay, jetzt. Okay. Okay. Alter! Ja, was? Na links, du hast die ganze Zeit nach rechts gedrückt. Hä, nein! Doch! Nein! Oh ja! Jetzt kommen die Level mit den Farben, ne? Ja, ich glaub schon. Die Sache ist, dass bei mir gleich Abendessen geben wird. Ja, klar. Dass wir das safe nicht schaffen. Ja, klar. Acht Level packen wir easy nicht. Und deswegen würde ich sagen, nochmal Pause? Ja, wir können ja auch schon so lange weiterspielen, bis es Essen gibt und dann machen wir Pause. Oder dann machen wir Pause. Ja, gut. Dann machen wir es so. Weil sonst wäre das... Oh, lol! Ein bisschen Zeitverschwendung, glaub ich. Alter! Dass wir bei sowas nicht sterben, ne? Wir sind Roboter. Wenn man so einen tiefen Fall hat. Wir sind Roboter. Uns gibt es wahrscheinlich zu Tausenden. Nein! Atlas und Pima, die sind einzigartig! Nein! Halt die Fresse! Ah! Klappe! Nee! Doch! Wackelprojekt! Okay. Okay. So, gehen wir da hoch. Mach die Fahrbahn. Ja. Fast. Ja, warte. Muss drauf bleiben. Ja, dann gehen wir rauf da hoch. Klapp. Mann! Ich wollte da hoch, du Arsch! Nö! Nö! Da! Da oben kommt wahrscheinlich gleich eine blaue Farbe hier für runter, ne? Ja. Ja, stell dich mal rauf da! Nö! So! Ist das dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst jetzt? Komm schon! Nö! 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 Ach, komm! Du sagst ja, ich soll nicht drauf stehen! Äh, hä! Ja! Das war das Falsche! Ihr habt den Test bestanden! Ihr seid wirklich das beste Team, das wir jetzt haben! Wow, das war das erste Level! Hard! Ja! Komm, die ersten Level sind irgendwie immer leicht! Okay, wenn die anderen auch so werden, dann schafft man das vielleicht doch noch, durchzurushen! Naja, okay, dann geben wir uns ins Mühle! Dann brauchen wir nicht mehr so'n Scheiß wie in Uwe gerade! Wie ich gerade, genau! Ja! Du wirst die ganze Zeit hoch und runter gefangen! Ja, 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 ja! Ja! Alles deine Schuld! Ja, ja, ja! 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 Warte! Wochen! Das! Ich glaube, sie wollten sie bestrafen! Wenn sie sie nicht mehr zu meinem Test fließen! Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen! Weil sie Freunde wie Feinde behandeln! Äh! Guck mal da nicht hier hoch! Achta! Ich hab da jetzt irgendwo blau Farbe hingeklatscht! Achta! Ah! Ich hab hier ein bisschen welche hin, ne? Ja, ich bin oben! Ja! 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 Okay, warte! Was macht denn das? Da hinten die Fläche aufmachen! Ah! Okay! Wenn wir nun... Hättest du nur die Idee! Wo hast du die blaue Farbe vorhin geklatscht? Ja! Hier! Hier die Wände da brauchen wir noch! Ah! Wir brauchen hier blaue Farbe! Ja! Wie kriegen wir die da hin? Ja! Ja! Ja wie? Ja! Kannst... Weiß ich nicht! Kannst! Von hier aus geht's nicht! Guck mal! Ich hab da ein gelbes Portal angekriegt! Da oben! Ja toll! Jetzt haben wir diesen Saugstrahler da! Jetzt haben wir den da drin! Ja! Mach das andere Portal da hin! Wo? Da wo die blaue Farbe rauf klatscht! Denn da oben wurde eben... Da kann ich keine blaue... Portale machen! Natürlich! Da und da oben! Wollen wir mal gucken ob die blaue Farbe da in dem Saugdinges eingesaugt wird! Ja klar! Aber es bringt ja nichts! Stimmt! Ich dachte das kann man umbrennen vielleicht! Warte! Ich kann ja von hier aus ein blaues Portal da hin machen! Mach du mal eins da hin! Und da halt! Ja da ist eins! Die blaue Suppe aufzufangen oder was? Ja! Jetzt machst du dein rotes Portal da hin! Dein rotes da hin! Wir brauchen ja auch so viel! Ne klar! Oder? Jetzt musst du nochmal den Strahl da hin machen! Aber die Farbe soll durch dein Portal da durch hier rankommen! Weißt du? Ja ja ja! Und dann immer von Ding zu Ding springen! Genau! Jetzt machst du gleich... Ja richtig! Super! Jetzt dürfen wir eigentlich durchkommen oder? Geh auf den Button rauf! Bin ich! So was ist da hinten? Portal! Ey quatsch! Portal! Ey quatsch! Was kannst du denn da machen? Kannst du da ein Portal machen? Ja ich kann hier ein Portal setzen! Ja jetzt bräuchte ich nochmal eins hier! Wenn du hinkommst! Ja sehr gut! Dann kann ich nämlich hier rausspringen! Und gleich da drin landen! Weißt du? Nein! Zu spät! Hi! Jetzt landen wir beide da! Nice! Sehr geil! Easy! 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 Nächstes Level durchgerusht! Der durchgerusht vor allem! Ja die haben es auch flott hingekriegt! Ja! Der beliebteste Wunsch! Weniger tödliche Tests! Lächerlich! Wie können sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn sie das noch schreiben können? Hm! Pi-Buddy! Pi-Buddy! Ist der allercoolste Mensch! Mensch vor allem! Haha! Was? Ja, B-Buddy ist der geilste Mensch der Welt! Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen! Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet! Danke! Oder extrem tödlich! Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts mehr ist! Bringt das was? Äh nein, du musst ein rotes Portal machen! Bisschen weiter! Ok! Was macht der Knopf? Blaue Farbe! Erkannst du dein Portal? Mach dein Portal mal da hin! Ja! Ich merke schon wie! Mach da eins hin! Und da! Das war falsch! Da! Ja! Ich merke schon wie! Das war auch kacke! Ja! Nee! Hier! Du musst dein rotes Portal hier hinsetzen! Haha! Nein! Ja! Sehe ich wie ich mein rotes Portal da hinsetzen muss! Ja! Du musst natürlich auch draufstehen! Da hin! Genau! Alter! Max! Ist das dein Erd! Ja! Es war nicht gerade! So keine Absicht! Ähm! Lass die Portal ein! Ja! Jetzt lass dich so! Ja! Alles gut! Wir sind genau richtig gerade die Portal! Ja! Ich weiß! Oh Mann ey! Das war keine Absicht! Ja! 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 Ist so! Oh! Ja! Mach du! Ähm! Da hinten ist irgendwo blau Farbe! Geh du mal durch da! Ja! Warte! Zack! Zack! Ja! Nein! Wieso ist mein Portal weggegangen? Was hast du geändert? Ne! Da ist noch so ne Wand hier wo die Portale weggehen! Ja! Aber da bin ich nicht durchgelaufen! Okay! Komm her! Anni warte! Oh! Äh! Warte! Jetzt blaue Farbe! Ja! Warte! Geh mal hier rauf auf die Brücke! Genau! Zack! Zack! Jetzt musst du das gleiche wie ich machen! Halt da und da im Portal! Oh warte! Das hätt nicht mal sein müssen! Wieso nicht? Weil ich einfach dort ne Brücke war halt da drüben! Warte! Ja! Bleib drauf! Ja! Ist egal jetzt! Ja! Ok! Stimmt! Ja! Ich weiß was du meinst! Du hast recht! Ja! Weil hier ist jetzt keine blaue Suppe! Ach! Ja! Ja! Ok! Dann laufen wir mal durch! War ja schon richtig! Warte! Dann machen wir das so! Warte! Lass so! Lass so! Ich mach das lila Portal! Jetzt kann ich sie nicht auf die blaue! Ne! Ne! Moment doch! Warte! Warte! Das ist richtig! Behalt mal das hellblaue! Das muss gleich! Ne! Warte! Warte! Nein! 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 Du musst dein Portal machen! Da! Das rote! Ja! Da ist es vorbei jetzt! Ja! Dann geh kurz durch! Mach hier ein Portal hin! Durch mein blaues! Durchgehen! Ach so! er er nimmt man auch noch ein Ziel ich wollte durchs Portal durchschießen genau jetzt Knopf drücken, ja genau Leute hier ist auch nur Notfläche oben Portal zu machen ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen wir kommen eigentlich ganz schnell durch, ne? hat sie gerade gesagt, auf der letzten Strecke ja, aber es ist noch nicht die letzte, glaube ich ja, deswegen vier sein, glaube ich erst vier? ja doch, vier ja ja, vier